So Freunde, ich werde damit nicht jeden, wie soll ich sagen, jeden aus der Seele sprechen und nicht für jeden sprechen und das ist auch nicht die Absicht dieses Videos. Es ist tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, dass ich jetzt mal heute keine Creepypasta hochladen werde, wie wir sie kennen, da uns wirklich 2020 und das Jahr und die Realität wirklich genug Horror gibt. Und ich möchte einfach mal auch ein bisschen über mich persönlich reden, weil mich das tatsächlich nicht kalt lässt. Erst heute bzw. gestern Abend haben wir die Nachricht bekommen, dass es eine neue Mutation gibt, in Großbritannien entdeckt und nun um ca. 70% ansteckender ist. Wir bekommen langsam Zustände, wie es damals mit der spanischen Grippe war, die, wie wir alle wissen, Millionen dahin gerafft hat. Und außerdem noch dazu haben wir jetzt scheinbar heute in der Früh, Status 20.12.2020, 9.30 Uhr in der Früh, hat es eine weitere Mutation gegeben, die entdeckt wurde aus Südafrika. Ja, zu der Mutation in Großbritannien kann man nur sagen, dass scheinbar die Schwere oder so, also es betrifft tatsächlich nur die Ansteckungsgefahr, was eh schlimm genug ist. Aber die Ansteckungsgefahr ist scheinbar deutlich höher, bis zu 70%. Und ja, dürfte aber von der Schwere her oder vom Risiko, sage ich jetzt mal, vom Krankheitsverlauf, dürfte sich da jetzt erstmal nicht viel ändern. Klammer, Fragezeichen. Ja, seit es damals angefangen hat mit dem ersten Lockdown, ach so, genau, und die Mutation aus Südafrika, über die wissen wir derzeit noch kaum etwas, beziehungsweise habe ich auch nichts darüber gefunden, habe derzeit noch nicht darüber informiert, was sich natürlich im stündlichen Takt ändern kann. Und ich weiß schon, dass da viele Leute dem Coronavirus immer noch sehr, wie soll ich sagen, locker gegenüberstehen, weil sie sich darauf rausreden, so, hey, ja, ich bin ja eh jung, oder hey, es sind ja nur die älteren Leute betroffen, oder die Risikogruppen. Die Sache ist, es ist gut möglich, ja, ich weiß es nicht genau, aber es ist gut möglich, dass ich zur Risikogruppe gehöre. Derzeit bin ich gesund, aber, ja, ich will jetzt mal den Teufel nicht an die Wand malen oder so, aber es kann gut sein, dass sollte ich das Coronavirus, nicht das Korea-Virus, das Corona-Virus bekommen, dass das für mich sehr schlimme, vielleicht sogar fatale Folgen haben kann. Wie gesagt, darüber möchte ich aber gar nicht nachdenken und das ist auch nicht der Grund, warum ich hier jetzt heute so ein Video mache. Das ist nicht, worüber ich reden möchte. Ich möchte einfach generell ein bisschen frei von der Seele wirklich über die Situation weltweit reden. Denn, ja, es lässt mich halt einfach nicht kalt, ja, und vielleicht hilft dem ein oder anderen Skeptiker oder Verharmloser, ja, Ich will niemandem was unterstellen, aber es gibt Leute, die vielleicht die Gefahr für bestimmte Menschen in dem Fall nicht erkennen. Und bei mir ist es nochmal so eine Sache, ich weiß halt einfach gar nicht, ob ich eine Risikogruppe bin oder nicht. Das heißt, ich könnte mir völlig umsonst Sorgen machen, aber was ich immer sage, lieber Vorsicht als Nachsicht. Und, ja, ihr merkt schon, das ist, wie gesagt, keine gelesene Creepypasta oder keine, ja, das ist halt einfach nur wirklich frei von der Seele gesprochen. Ich habe gar kein Skript mir auch selbst vorbereitet, nicht einmal irgendwelche Schlagwörter. Ich möchte hier auch einfach, glaube ich, mal meinen Frust loslassen und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht das erste und letzte Mal gewesen sein wird. Mich würde sehr interessieren, was für Meinungen ihr da dazu habt. Vielleicht auch Ratschläge für mich persönlich, ja. Ich bin sehr offen für konstruktive Gespräche, ja, auf jeden Fall muss ich sagen, dass mich das auf jeden Fall nicht kalt lässt und, ja, keine Ahnung, ob das eine Angstmache sein soll von der Regierung oder nicht oder was auch immer. Aber wenn das so ist, dann haben sie es bei mir definitiv jetzt mal geschafft. Und ich bin eh immer noch nach dem Motto so, hey, lass es auf dich zukommen und schau, was passiert. Aber das ist halt einfacher gesagt als getan, wenn man halt wirklich die ganze Zeit auf Kohlen sitzt und nur darauf wartet, bis sie sich wirklich durch deine Arschbacken brennen. Also, ihr merkt auch vielleicht, dass ich in meiner Stimme jetzt eben vielleicht ein bisschen angeschlagen bin. Wie gesagt, das Ganze lässt mich nicht kalt an dem Punkt, wiederhole ich mich jetzt einfach nur noch. Die ganze Situation vom ersten Lockdown an hat sich eigentlich stetig nur verschlimmert. Es war dann einmal wirklich, also zumindest hier in Österreich, war das so, dass wir gar nicht, gar keine Probleme hatten. Tut mein Handy was. Wir hatten gar kein Problem, ja. Die Zahlen waren unten nach dem ersten Lockdown. Alles hat eigentlich gut ausgesehen, als ob wir das schnell in den Griff bekommen haben. Und dann kam die zweite Welle. Plötzlich war Österreich beziehungsweise Wien die Stadt, die weltweit die größten, also die höchste Neuinfektionszahl hatte, weltweit gemessen, quasi in Relation zur Bevölkerungsanzahl. Und noch dazu ist es so ein bisschen sehr, ich plaudere hier jetzt einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich mir denke, das ist keine Zeit, wo man herum spaßen sollte. Der Punkt ist überschritten, meiner Meinung nach. Und meine Freundin, die wohnt in der Slowakei. Das heißt, dementsprechend schwierig ist es auch, uns zu sehen. Ich habe sie jetzt noch hier bei mir, während ich das hier aufnehme. Und wir werden uns dann definitiv einmal mindestens fünf Wochen nicht sehen, aufgrund der Lockdown-Regelungen. Jetzt, wo die Mutationen dazugekommen sind und keiner einschätzen kann, wie groß die Gefahr dadurch ist. Und was wirklich alles anders wird, kann in dem Fall nur, ja, ich, also das, das kann sich halt nach hinten verschieben, ähm, um, weiß Gott wie lange, ja. Es ist jetzt tatsächlich auch schon irgendwann mal das Wort gefallen für Österreich, dass Lockdowns bis April stattfinden könnten. Ja, und, ähm, auch in meiner WhatsApp-Gruppe, wo, ähm, meine ganzen Kollegen von der Arbeit sind. Ja, es ist, es wird einfach sehr viel mehr Lieferdienst wahrscheinlich passieren, sehr viel mehr Homeoffice. Ähm, und das ist tatsächlich so schlimm bei uns, äh, in Wien zumindest. Ich weiß nicht, ob das ist, aber wahrscheinlich für ganz Österreich. Dass die, ähm, in diesem Hard-Lockdown vom 26. bis zum, ich glaube, 17. Jänner, ähm, dass die, auch die Geschäfte alle komplett zumachen müssen. Das heißt, der wirtschaftliche Schaden ist enorm, naja. Aber vor allem der Schaden für uns, ja, für uns in der Bevölkerung und alles. Das ist halt einfach enorm und, ähm, wir sind jetzt schon, naja, ohne die Mutationen, sind wir persönlich an unserem Limit mit Intensivbetten, also mit Intensivstationen, äh, Plätzen. Wenn jetzt einfach mehr Leute infiziert werden, durch die Mutation zum Beispiel, ja. Naja, ich brauch da gar nicht weiterreden eigentlich. Ähm, ich weiß schon, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die, das Video ist, was ihr euch erwartet habt. Ähm, und dass das vielleicht auch nicht selbst für, für eine tolle Stimmung sorgt. Ich hab das einfach nur gebraucht, dass ich mich mal ein bisschen tatsächlich mit, mit euch einfach auch absprechen kann, ja. Ähm, dass ich mich mit euch beraten kann, ja. Ich würde sehr gerne eine konstruktive, ähm, und respektvolle Umgangsweise und Diskussionen, äh, in den Kommentaren würde ich, würde ich gerne lesen. Ähm, ich würde mich da auch selber dran beteiligen. Und, ja, vielleicht können wir uns gegenseitig ein bisschen beruhigen, ähm, und einfach unterschiedliche Meinungen hören, ja. Weil jeder ist halt so in seiner eigenen Bubble irgendwie, immer schon auch gewesen, ja, durch unsere Welt, die wir jetzt haben, mit Computerbildschirmen und Social Media und alles, ja. Da ist jeder so in seiner eigenen Bubble. Aber ich glaube, dass es nicht so schlecht ist, wenn wir in dem Fall auch, andere teilhaben lassen an unserer eigenen Bubble und selbst dafür Zugang zu einem breiteren Spektrum bekommen. Denn wir wissen auch alle, dass die Medien dazu tendieren, Sachen sehr viel schlimmer darzustellen, als sie sind. Nur dadurch, dass sie das, dass sie tendieren, das zu tun, weiß man halt nie, ist es jetzt wahr oder nicht. Das ist meine Meinung dazu. Ich würde mich sehr freuen über ein konstruktives Gespräch. Ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, bitte lasst gerne eure Meinung da. Und, ähm, es tut mir leid, dass dieses Video jetzt halt eben nicht ins übliche Portfolio fällt. Aber, uff, Entschuldigung. Aber das ist mir wichtig, dass ich das auch mal anspreche. Und, ähm, ja. Ich weiß nicht, wie das in vier Tagen ein tolles Weihnachtsfest werden soll in diesem Jahr. Ich wünsche euch alles Gute. Bitte bleibt gesund. Und, ähm, tut euer Bestes, dass ihr, dass ihr euch schützt. Vor allem jetzt, wo wir nicht einschätzen können, wie die Mutation sich wirklich verhält. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch so frohe Weihnachten, wie es eben nur geht.